wie du wirst mich verarschen hey wie nein ach so hey musst aktivieren bloß oder party geht gleich los so sag ich doch trotzdem mal vor mir ist noch alles klären erstmal ein hallöchen und willkommen zurück zu DayZ heute leider nicht mit Arkani wann er es dann hingekriegt hat ich habe heute den zweiten Mitspieler schon und bei mir im Haus ist ein Spieler ne ist ein Zombie heute ist ein anderer dabei den kennt ihr eigentlich auch schon ein bisschen den habt ihr schon denke ich mal so ein bisschen nebenbei gesehen mal in Ark das ist und ich bin jetzt zu zweit weil leider hat Arkani leider keine Zeit der ist beschäftigt und deswegen und der zweite Mitspieler wäre sowieso jetzt eigentlich neu dazugekommen in unserem Truppe deswegen das wäre unser dritter Mitspieler und wenn es geht kann er mal ein Hallöchen sagen Hallöchen und die Spunk genau war einer Zombie heute da sind meine Türe immer offen ja das ist immer das beste in diesem Game ich blute aber ich kann mich nicht verbinden hey was ist denn das für ein Bug ne ich blute doch nie so ich kann selber nicht gerade raus ich weiß nicht wie viele Zombies gerade vor meiner Hood sitzen einfach mal gucken ich kann mich nicht verbinden was ist das für ein Scheiß ich blute deswegen aber hä ich kann gar nichts machen ich kann nicht mal Tabletten nehmen oder so irgendwie leckt das Server gerade ein bisschen also irgendwie läuft's also schießen kann ich mit einer Lärmmunition na jetzt bin ich wieder im gelben Bereich hä irgendein kleiner Bug bei mir gerade ein bisschen hier so schon mal die Dose geöffnet für später naja eigentlich muss ja jetzt der Spieler weg sein normalerweise aber bevor natürlich immer noch Zombies so ein Kilometer hab ich noch ok ein Kilometer dann sind wir wieder zusammen auf der Farm da ist ein Medipack da ist ein Das war's für heute. So. So. Warte mal, ich hab mustangisch. So, mal gucken, wo ich jetzt hier angekommen bin. Ob das das ist, weiß ich leider nicht. So. 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 aussprechen kannst da hat er noch nicht mehr bist du gerade ins haus gekommen okay kannst du die tür zu machen ist so geht sofort weiter ein stress muss man ein bisschen generieren weil ich gerade blut abgenommen habe ausgesehen ja alles zu tieren ganz kurz irgendwie mein ding es geht nicht hoch jetzt kann ich mich ein eigentlich hier vorne eigentlich mein leben zeigt hoch aber hier hoch das sind viele zum wissen schon hier kommt man kommt und da hoch holst du hin stadt in einwärts wenn hier vorhin schon einer war das in die stadt gelootet solche meinen blut mal geben mal gucken wie das geht nein ich habe mir viertel meines bluts abgezogen warum tut man nicht warten ich erwarte mich verbinden weil ich mein leben verloren hab und springen hoch dann habe ich blut abgenommen mann mann aber ist mal regen wir mal essen habe ich schon Und schmecken die? Die bringen Brot. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist nur lecker und saftig gewesen. Naja. Nahrungsersatz. Auch immer diese Waldspaziergänge hier. Also, ich sag schon mal, es ist eine Entschuldigung, dass es ein bisschen grauer ist als sonst. Ja, ich weiß, es ist dämlich von mir gewesen, Blut abzunehmen. Aber ich wollte mal wissen, was passiert. Manu. Autsch. Wollen wir mal oben bei einem Funkturm mal gucken. Auch da ist eine Hütte davon. Warum bist du schneller als ich? Weil ich volles Leben habe und du wahrscheinlich nicht. Ich habe ein Prozent meines Lebensverloren nur. Campingkocher. Bröteln. Bröteln. Nix. Wollen wir den Weg mal folgen? Das kann nicht gut sein. Du weißt, unsere Ideen sind nie gut gewesen. Lass uns spielen. Zusammen. Schau, wie das so ein Ding hier... Schau, wie das so ein Ding hier... ... ... ... ... Was meinst du kurz? Mal gucken, kann ich mir jetzt die Tabletten reinschieben, für mein Leben? Nee, immer noch nie. Also... Ich kann mich nicht teilen. Komisch. Okay, weiter erstmal. Warte mal, kannst du mal herkommen? Kannst du mir das mal geben? Wie soll ich dir das denn geben? Du musst mal deine Hand rein und mir mal gucken, ob es mir geben kann. Und du brauchst das Ding auch dazu? Was? Nadel und alles. Also, geht das nie? Kann ich jetzt nicht geben, ne? Hier. Klar, ich habe es gesagt, jetzt gibt es mein Blut wieder. Weil es mein Blut drin ist. Komisch dann. Und wo rücken wir solche Nadel jetzt her? Krankenhaus, es gibt sowas immer. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Soll nicht. Hier unten gibt es ein Krankenhaus von Kalifornien. Ah, mein Label. Nee, es geht wieder hoch. Jetzt rück wieder Farbe. Ach, guck mal, jetzt will ich wieder schnell gucken. Also, einen Weg folgen? Hm. Naja, manchmal bringt es Glück. Ich habe schon mal mit Akani hier eine Basis gefunden. Lass uns hier runter gehen. In der Straße. Von der Häuser? Ja, da war alles ein Haus. Hm. Nee, das sind ein paar. Da unten ist eine Stadt. Guck. Oh, von der Richtung kam er ja eigentlich. Mhm. Ich bin froh, wenn Akani auch dabei ist. Das ist immer zu dritt unterwegs. Wann kommt denn? Warte. Äh, ich glaube mal, heute wird, die Tage, heute Morgen wird schlecht, aber am 12. ist Auftritt. Deswegen. Sehr schön. Sehr schön. Was denn? Zombie im Haus. Gut für mich. Ich habe mal Hausbesuch. Also, mit der Farbe dauert es ein bisschen. Bis es wieder kommt. Was ist denn da? Hier liegt ein Gewehr, kannst du hier nehmen. Wo? Da vorne. Da, wo du immer überall blind dran vorbeiläufst. Ach da? Nee, brauche ich nicht, brauche ein Schrottgewehr. Ich habe Schrottgewehr. Ich habe Schrottgewehr, Munition, kannst du nehmen das Gewehr. Nimm doch erstmal irgendein Gewehr, dass du überhaupt eins hast. Kannst du später wegschmeißen. Du brauchst auch eins oder hast du eins? Ich habe eins. Ach, hast du das gleiche wie ich schon was? Mhm. Also, wenn wir ein Hühnchen finden, können wir ein Hühnchen ausbeuten. So. Ich habe ein Messer gefunden. Darf ich auch irgendwo anstellen. Ich habe schon ein ausgerüstetes Messer. Da oben drin ist. Da war ein Verband drin, mitten in der Jacke. Besser. Und weiter gehen wir warten. Weiter, weiter, weiter. So, warte. Ich gucke hier rein. So, ich habe auch neue Schuhe an, Alter. Braucht man ihn? Ja. Also, da ist er lootmäßig, das wird sich. Ja. Gehen wir mal vor, wir wieder zur Straße. Die Straße hoch. Mhm. 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 Eigentlich müssen wir in die andere Richtung laufen, ne? Von da kommen wir. Ja, hier hoch. Ja, von unten kann man ja auch. Das ist das Problem. Ja. Zwei Seiten können wir gleich gleichzeitig kommen. Das funktioniert nicht. Ja. Ich habe mich schon ein bisschen gemerkt, wir müssen den Feldflug so lang. Und dann kommst du wohin? Keine Ahnung. Aber das hätte ich auch die einzige Möglichkeit. Zu ein Haus. Guck. 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 Und das ist der falsche Weg. Guck. 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 Und du weißt ja auch nicht, wo du hin willst du Quatschkoff. weißt du denn wirst du quatsch kommt ja wohin willst du und die nächste stadt ja da laufen wir gerade was entlassen auch da oben ist doch nicht da hinten guck mal da hinten sind das schon dächer kub da stadt habe ich nur stadt nicht ein haus ja aber trotzdem sind ja auch häuser ich weiß ich verzweifle gerne leute in diesem game du bist nicht der erste ich schon verzweifelt habe werden zombie an sich die haben auch selten was bei sich alter nix kann ja alles wechseln wieso weg ein pulle liegt guck jetzt mal schon wieder auf dem feldweg den nächsten wald links oder rechts immer danach sind daher aber was ja jetzt schon in dem elend hier sind müssen wir ja warum hast du geguckt wie viele leute auf dem server sind ich habe es noch nicht nachgeguckt ist mir egal aber eh nicht ändern wenn wir auf geknallt werden dann ist das barbara 1 ist schon gestorben jetzt läuft barbara 2 rum ja du hast doch aus einer hand eigentlich bist du denn trotzdem schneller wenn ich nicht so dick bin wie du hat die klappe du hast du kannst mich am berg hoch rollen dann oder was ich kann nicht schubsen und runter rollen aber in die andere richtung nicht in die richtung ich will wieder im weg hochlaufen sind da unten häuser keine ahnung ich bin gleich ganz oben also er sagt zu mir ich habe kein plan um hier laufen war er selber nicht ich weiß es nicht aber nachdem wir schon dieses elend geraten sind und nicht da geblieben sind nur warm also wollen wir jetzt ein bisschen dahin gehen und wieder richtung berezino gehen und wieder dort abgeknallt zu werden nein ich wollte es nicht links die straße entlang in karten innere wir laufen es karten nahe hinterlaufen wir nicht ja aber ein bisschen anders da scheiß drauf meine güte kannst du nicht so schnell laufen ich bin ich die jüngste hier mehr sie lebt schon seit ein paar tagen in deiner sollte frisch also das zählt nie ist er von uns die stadt schöne aussicht nur hier war alles ruhig aus oben kleine zombies in der nähe nichts gesehen durch mein fern das guck mal bei den holbein bisschen rum wegen pilzen und so was willst du mit pilzen die pilzen kannst du essen und dann wirst du wieder krank solange wo ich das noch die gab normale worte nicht krank das sind normale pülze und keine fliegen pülze die sind weiß das sind schampis in echt würde ich die auch nicht essen aber ein spiel ist was anderes dafür gibt es da was sehen oder was ist das das war mir so klar wo ist mein messer wo ist das klar bei mir ist aber das was muss ja essen form ist auch was mitnehmen ich kann es eh jetzt nämlich kochen was du hast du gerade hast du gerade gelacht ich habe gerade lachen gehört das lachen gehört also ist meine ich hätte gerade probleme vielleicht ist das fleischige ist nach oben sind zombies wo bist denn jetzt ich bin oben in der hütte und da war ich schon in der großen wo bist du ich bin jetzt oben in der mit dem weißen dach nach da oben ich will nie wissen warum die so komisch lachen das klingt ein bisschen creepy ich kann doch denken die ist durch alter woher kann die ach du groß ist na egal manchmal kommt mir so vor dass die zombies ein messer haben alter weißt du dass es bis jetzt und warum nicht so wie so messerschlitzen alter wann die rohner die schlagen was sie schon in jedem haus drin ich weiß in dem weißen dach dann war ich in dem höher in diesem gebraunen haus jetzt gehe ich ins rote hier ist gar nichts drin gibt es eine dose zu trinken also nur eine lachen was nicht wollen und das bin ich in dem haus fertig jetzt bin ich in grün gelb grün meine charakterin ist so durch alter ich meine ich nicht was ich gerade gegessen habe wahrscheinlich hast du jetzt die schweinepest oder irgendwas umscharf die schafspest bist du das da vorne und warst du gerade in dem hellen haus hellbraun dunkelbraun ja hier guck ein zombie kommt zu dir ob dann eben hier drin man ist ja aber das problem ist wenn sie in dir festpacken das ist nur scheiße nach oben geht schon mal nicht es gibt einen brunnen ich habe die pepsi gefunden sehr schön hier ist ein brunnen da kannst du trinken ja habe ich kann ja eigentlich schon einmal raus getrunken das reicht erstmal so ein rucksack wäre mir schön eigentlich bei so einem haus habe ich schlechte erfahrung weiter ist nix hier hinten sind auch noch häuser gewesen in welchem bist du ich gehe gerade in den gelben rein ich guck mal hier das letzte in das grüne und dann ist es auch schon gleich wieder dunkel ne ich wollte es nicht nicht ganz mein ist wirklich durch alter wenn du diese lachen hörst alter was denn das in grün bist du hast du gesagt und jetzt bin ich in dem was der besten für eine farbe ich bin zum grauen also gut müssen sie sich hier gerade wird es lohner stadt bin hier im rot grünen ok ich bin so ein grauen grauen ja und sie ist am lachen wie eine blöde zombie rechts zombie links oh mein gott und beide sind ruana und beide bei mir komm her komm her komm her der eine hatte nix gehabt ich wollte die mit schlagen wegen ich würde dich nie treffen deswegen ja alles gut dass er lebt das drinnen muss ja keine ahnung was das ist was hast du denn hier das ist ein entfernungsmesser nicht was brauchen wir das ist wie ein fernglas magazin oder nicht das ist ein magazin ich habe nichts so 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 ja 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 Ich gehe in das nächste Haus rein. Ja, ich habe es gerade, ich habe Schrotzen, Monika gefunden, ich habe gerade geredet um Mikro-Stummen gehabt, so aus versehen. Brauchst du eine Spaltaxt? Hätte hier noch eine? Ich habe eine Spitzhacke. Gehe ich eigentlich noch weiter? Ich mache das letzte Haus. Hier war ich schon drin. Dann hängen wir alles. Und dann hoch ab zur Straße und dann geht es weiter. Da findest du noch einen Stadtnamen, da findest du noch einen Namen-Shirt. Dann müssen wir gleich mal irgendwann Pause machen. Okay, dann mach ich gleich mit. Da vorne ist ein Zombie. Ich habe schon eine Spitzhacke. Und da hat er was drin gehabt. Ne. Oh, ich muss mich erst verbinden. Meine Ohrle ist so durch, Alter. Ja, haupt, dass sie lacht. Ich sag doch, iss kein rohes Fleisch, aber nein. Na na na, na na, na 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 na, na 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 na-. Da die Zombies zu vorne gehören alle dir. Wie viele sind das? Vier. das ist hier das haus gehen kommt und gehen wir hinten raus und rechts sind jetzt kümmern mich um 14 bis ab und zweiter von wild reiter von rader sind am anscheiter oma ist hinter mir herr oma koko logo was hier alle panda ja wir sind aktiv aber richtig aktiv wo bist du muss gerade gegen oma kogolo kämpfen so lang auch ganz hoch hoffen werfach die straße entlang hallo ach da in die richtung sehr gut sehr gut ich habe gedacht von da hinten ist ein bisschen so haben wir sind in anderen sowie gesehen das bist du die also wenn ihr zwischendurch mal die charaktere lachen wird nicht schon und die ist irgendwie heute durch wer rohe scharfleisch ist hallo ich wollte mal hallo man muss ja alles ausprobieren das weiß man dass man kein großes ja aber lustig die alte ich muss was essen fehlt mir was du hast du was zum essen glaube ich habe noch eine dose mit ich habe schafsfleisch ist auch mit lachen mit mir das möchte ich garantiert nicht aber ich gebe den regenwurm das ist nicht das ist ja falsch ich habe nur ein einzigen ja dann gibt mir mal den ich habe sonst immer nichts essen hier liegt irgendwo ich wollte meinen zweiten schnell wo liegt da ich sehe ich sehe hier könnte hatte er auf da ich mache dir noch ein zweiter so jetzt macht ihr noch einen dritten du kannst du eine ganze handvoll glaube ich machen ok dann mache ich noch ein paar das hilft ja mal überhaupt nicht ich habe eine einzige dose und die habe ich gerade aus der eim bekommen und dann dazu guckt da denkst du warum fressen die regenwürmer haben die können essen ich hoffe die regenwürmer reichen erstmal zu würde ich jetzt hoffe dass die erst bereichen können können lassen 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 muss man gucken ob ich die dose auf machen kann auch davon eine axt dafür wollen spitzhacke tust über die hälfte weg machen axt habe ich ok warte und dann axt aber wir gehen das erst mal oben ins haus kommen ich habe schon nur eine dose und das ist hier spageli wenn man sich kurz pausen machen ich bringe schon mein sohn weg und dann geht es danach weiter dann mache ich auch mal richtig lange pausen mit oha schrubfind munition für dich drin gewesen wo habe ich gerade aufgenommen ich gebe sie gleich ok gucken ob hier was im essen gibt also hier ist irgendwie auch nichts drin hast du jetzt den helden gelassen für diesen hut das dein ernst ja ok warum weil der helm mehr schutz bietet naja kopfschutz habe ich trotzdem so aufgekriegt so wollen wir erstmal hier machen schnell ja machen wir jetzt in dem haus kommen ok locken gehe ich hier oben rein so danke fürs zuschauen und wir hören uns später wieder bei der sie oder egal was ich mache haut rein tschau tschau dann bringe ich jetzt schon meinen sohn weg und dann komme ich gleich wieder auf zu lachen will ich durch das